Vulkane sind allgegenwärtig in Island. Jeder Stein in Island kann in irgendeiner Form auf die vulkanische Tätigkeit zurückgeführt werden. Heute werden wir uns diese Vulkane ein wenig genauer anschauen. Dazu sehen wir uns zuerst das Luftbild Islands an. Durch Island verläuft eine ganz wichtige Grenze, nämlich die Plattengrenze zwischen Eurasien und Nordamerika. Entlang dieser Grenze brechen die beiden Kontinente auseinander. Dieses Auseinanderbrechen geschieht sehr langsam, mit 1-2 cm pro Jahr. Durch die Bewegung entsteht aber nicht ein immer grösser werdender Graben oder Spalt zwischen den beiden Kontinenten. Denn gleichzeitig steigt aus der Tiefe Magma auf, welches zu Vulkanismus führt. Dieser Vulkanismus füllt den ständig entstehenden Zwischenraum zwischen den Kontinenten. Die Plattengrenze zieht sich durch den gesamten Atlantik. Das heisst, in der Mitte des ganzen Atlantiks haben wir ein System von Gräben und Vulkanen. Wieso ist diese Plattengrenze nur in Island über Wasser? Unter Island befindet sich ein sogenannter Hotspot. Das heisst, unter Island ist es wärmer als normal und dadurch wird mehr Magma produziert, als es normalerweise der Fall wäre. Somit werden die Vulkane um Island grösser als im restlichen Atlantik, und zwar so gross, dass sie über die Meeresoberfläche anwachsen. In Island unterscheidet man zwischen verschiedenen sogenannten vulkanischen Systemen. Wir sehen auf dieser Grafik die 30 vulkanischen Systeme Islands. Ein solches System besteht im Idealfall aus einem zentralen Vulkan, einem Krater oder einer Kaldera, sowie einem sogenannten Spaltenschwarm. Wir werden uns gleich genauer anschauen, was diese Begriffe bedeuten. Wenn wir aber zuerst nochmals zurück zum Luftbild Islands gehen, dann sehen wir, dass sich fast alle vulkanischen Systeme entlang der Plattengrenze befinden, da eben genau entlang der Plattengrenze Magma aufsteigt. Weiter sehen wir auf dieser Abbildung das Alter der Gesteine Islands. Die Gesteine direkt um die vulkanischen Systeme herum, hier in lila markiert, sind am jüngsten, nämlich jünger als 700.000 Jahre. Weiter weg von den Systemen, in rosa, sind die Gesteine älter, zwischen 700.000 Jahren und 3,3 Millionen Jahren alt. Noch weiter weg, im blau, sind die Gesteine älter als 3,3 Millionen Jahre, bis zu maximal 16,3 Millionen Jahren. Je weiter wir also von den vulkanischen Systemen und somit auch von der Plattengrenze weggehen, desto älter werden die Gesteine. Das liegt daran, dass an der Plattengrenze durch die vulkanischen Systeme ein neues Gestein bzw. neue Platte gebildet wird. Mit der Zeit wandern die neu entstandenen Gesteine mit der Plattenbewegung von der Plattengrenze weg. Im Folgenden werden wir uns die Struktur eines vulkanischen Systems anhand von Beispielen anschauen. Wir beginnen mit dem Eyjafjallajökütl, einem zentralen Vulkan. Ein zentraler Vulkan ist nichts anderes als ein Berg, der durch vulkanische Tätigkeit entstanden ist. Er ist eigentlich das, was man sich normalerweise unter einem Vulkan vorstellt. Das ist der Hofjörökütl, ein weiterer zentraler Vulkan im Hochland Islands, welcher von einer grossen Eiskappe bedeckt ist, die ebenfalls Hofjörökütl heisst. Dieser Vulkan hat einen Durchmesser von gut 30 Kilometern. Das entspricht etwa der Distanz von Zürich bis zur Rigi. Was ist nun eine Caldera? Eine Caldera ist vereinfacht gesagt eine sehr grosse Vertiefung, die entsteht, wenn ein Vulkan in sich zusammenfällt. Wenn ein Vulkan entsteht, bildet sich zunächst der zentrale Vulkan mit einem Krater in der Gipfelregion und einer Magmakammer unter dem Vulkan. Dann kommt es zu einer heftigen Eruption und die Magmakammer beginnt sich zu leeren. Während sich die Magmakammer leert, entsteht nicht einfach ein Hohlraum unter dem Vulkan. Nein, sondern der ganze Vulkan beginnt unter seinem Gewicht in die sich leerende Magmakammer einzusinken. Je mehr sich die Magmakammer leert, desto mehr sinkt der Vulkan ein bzw. fällt in sich zusammen. Am Schluss bleibt eine mehr oder weniger runde Vertiefung, die mehrere Kilometer Durchmesser haben kann, je nach Grösse der ursprünglichen Magmakammer. Und diese meist kesselartige Struktur nennen wir Caldera. Hier sehen wir ein Luftbild des Torvajökütl. Es mag schwierig sein, auf diesem Bild einen Vulkan zu erkennen. In diesem Gebiet haben wir eine sehr grosse Caldera, die einen Durchmesser von etwa 12 Kilometern hat. Nach der Entstehung dieser Caldera kam es zu weiteren Eruptionen innerhalb der Caldera, welche zum Beispiel diesen Lavastrom gebildet haben. Als nächstes gehen wir auf diesen Berg und schauen uns ein wenig um. Wir schauen nun von dem Berg nach Norden und sehen links im Bild den Lavastrom, welchen wir vorhin aus der Luft gesehen haben. Dieser Lavastrom ist bis zu 30 Metern dick. Er ist aus Lava entstanden, die so zähflüssig war, dass sie nicht stark auseinanderfliessen konnte. Wenn wir von hier ein bisschen weiter nach links schauen, gegen Westen, dann sehen wir, woher dieser Lavastrom stammt. An diesem farbigen Berg gibt es mindestens drei Austrittsstellen, wobei vor allem die unteren beiden Austrittsstellen unseren Lavastrom gespiesen haben. Aus der oberen Austrittsstelle ist nicht viel Material herausgeflossen. Weiter sehen wir auf diesem Bild, dass die Hügel in diesem Gebiet aus farbigem Material bestehen. Das ist alles mehr oder weniger zersetztes Gestein. Das Gestein wurde von heissen Wässern und Gasen zersetzt, welche hier im Untergrund zirkulieren. Eine Austrittsstelle dieser Wässer und Gase erkennen wir hier am Dampf. Eine weitere Kaldera finden wir im Norden Islands, beim Krabla-Vulkan. Diese Kaldera ist aufgrund ihrer Grösse in der Landschaft nur schwer erkennbar. Die ganze Ebene auf diesem Bild ist Teil der Kaldera. Auch innerhalb dieser Kaldera kam es nach deren Entstehung zu weiteren Eruptionen. Diese schwarzen Flächen sind alles Lavaströme, welche sich zwischen 1975 und 1984 gebildet haben. Aus der Nähe sehen diese Lavaströme so aus. Im Vergleich zum dicken Lavastrom, den wir vorhin beim Torvajöküttel gesehen haben, sind diese Lavaströme am Krabla viel dünner, nur 1-2 Meter dick. Sie entstanden aus Lava, die aufgrund ihrer Dünnflüssigkeit weit auseinanderfliessen konnte und somit dünnmächtige Lavaströme bildete. Hier sehen wir noch ein Beispiel eines Spaltenschwarms auf der Rekerneshalbinsel im Südwesten Islands. Ein Spaltenschwarm sieht eher unscheinbar aus, wie man auf diesem Bild aus dem Flugzeug erkennen kann. Das Gebiet ist mit Schnee bedeckt. Es handelt sich um eine Ebene aus Lavaströmen mit einigen sanften Hügeln. Ein Spaltenschwarm ist eine längliche Zone, entlang derer Magma aufsteigen und zu Ausbrüchen führen kann. Da die Ausbrüche immer an verschiedenen Stellen innerhalb dieser Zone stattfinden, bildet sich kein Berg wie ein zentraler Vulkan, denn dafür müsste das Magma immer mehr oder weniger an der gleichen Stelle austreten. Deswegen finden wir im Bereich von Spaltenschwärmen eher sanfte Rücken- oder flache Ebenen, die mit Lava bedeckt sind. Zurück zu unserer Grafik. Wir haben gelernt, dass es in Island verschiedene vulkanische Systeme gibt, welche im Idealfall aus einem zentralen Vulkan mit einem Krater oder einer Caldera sowie einem Spaltenschwarm bestehen. Es gibt Systeme, die nur aus Spaltenschwärmen bestehen und es gibt andere Systeme, die nur aus einem zentralen Vulkan mit einem Krater oder einer Caldera bestehen. Im Schnitt kommt es in Island etwa alle vier Jahre zu einem Ausbruch. Wir wollen uns im Folgenden zwei vergangene Ausbrüche anschauen. Der bis jetzt letzte Ausbruch Islands fand in den Jahren 2014 und 2015 statt, im Bereich des Spaltenschwarms des Bardabunga-Vulkans. Diese Eruption, die Holroin-Eruption, dauerte von Ende August 2014 bis Mitte Februar 2015. Sie produzierte ein grosses Lavafeld von etwa 80 Quadratkilometern Grösse im Landesinnern. Da die Eruption fernab der Zivilisation stattfand, kam es zu keinen grösseren Problemen. Der wohl bekannteste Vulkanausbruch in Island in der jüngsten Geschichte ist der Ausbruch des Eyjafjallajökull im Jahr 2010. Dieser Ausbruch produzierte eine grosse Aschewolke, welche zu Störungen im Flugbetrieb über Europa führte. Was passierte bei diesem Ausbruch? Zuerst kam es zu einer kleineren Eruption an der Flanke des Vulkans, die ziemlich friedlich verlief. Es gab ein paar Lavafontänen und Lavaströme. Danach strömte Lava im Gipfelbereich des Vulkans aus. Dies hätte ähnlich verlaufen können wie die Eruption an der Flanke, wenn nicht der Gipfel des Eyjafjallajökull mit Eis bedeckt gewesen wäre. Wenn Lava mit Eis in Kontakt kommt, dann kühlt sie extrem schnell ab und zersplittet dadurch. Gleichzeitig wird das Eis geschmolzen oder verdampft direkt durch die grosse Hitze. Da Dampf viel mehr Platz brauchte als Eis oder flüssiges Wasser und dieser sehr plötzlich und in grossen Mengen entstand, kam es zu grossen Explosionen. Diese Explosionen zerkleinerten die Lavasplitter weiter zu kleinen Aschepartikeln. Die Wucht der Explosionen schleuderte die Asche in die Luft und mit den Winden in der Höhe wurde die Asche über Europa verteilt. Da die Asche bei Flugzeugen zu Triebwerksausfällen führen kann, wurde der Flugverkehr über Europa sicherheitshalber für mehrere Tage eingestellt. Und obwohl Vulkane viel Zerstörung anrichten können, Island würde ohne sie gar nicht existieren. Vulkane schaffen wunderschöne Landschaften, die es auf jeden Fall wert sind zu erkunden.